So, da oben könnte es weitergehen. Ah, wo will ich denn hin? Nur da hoch. Geht's da oben nicht weiter? Doch, da oben geht's weiter. Sag ich doch. Sehr schön. Da geht's wohl nicht raus. Ah, das war dann die Seite... Ah, hier liegt ein Schatz. Das war die Seite, wo wir nicht hochgekommen sind. Komm, mach dich vom Acker da. Steht immer im Weg rum, der Typ. So. Eine Statue. Ja, hoch oder runter, oder was willst du? Was mach ich denn? Falsche Taste. Da ist noch mehr von der Kolonie. Alter. Boah, und das sind böse. Böse Menschen. Das war eine ganze Stadt, Mark. Pst, pst. Sieh mal. Hä, verdammt. Schau allein. Sie haben uns noch nicht gesehen. Soll auch so bleiben. Okay. Halt den Kopf unten. Ich wollte dir gerade dasselbe sagen. Ja, ja. Shit. 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 Was sprichst du da, dein letztes Gebet, du Knetkopf? Zack. Was ist da? Ja. Nein, nein, nein. So. Den haben wir auch. Boah, scheiße. Gott. Shit. Ich hab mich doch erwischt. Scheiße. Oh, shit. Fuck. Oh, Mann. Kämpfen ist nicht so mein Ding. Okay, wir versuchen es mal auf die leise Art und Weise, wenn es vielleicht funktioniert. Aber ich glaub's eher nicht. Ach, was. Bist du ein richtiger Fuchs, bist du? Da unten rennt noch einer rum. Guck, lass dich fallen. Okay. Shit. 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 Ich gehe außen rum. Gut gemacht. Gut. Whoa, 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 whoa! Shit! Havis? Shit, Alter! Gegen die Typen, hey, da kann's kaum ankommen. Wie kommen wir denen vorbei? Boah, boah. Noch mehr Gebäude. Das war eine ganze Stadt, Mann. Das hab ich jetzt natürlich sehr geschickt gemacht, ja. Lass dich doch fallen, Mann. Hallo, Freund. Wow. Oh Gott. Ah, shit. Da kommst du nicht schleichend an denen vorbei, das kannst du vergessen. Wie ist das? Was gefunden? Nichts. Alles gut. Gott sei Dank. Hui. Die springen mir hierzu extrem rum, Heidi. Wie ist das denn? 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 Die springen mir hierzu extrem rum, meine Jungs. Gut, Gott. Die haben wir schon mal ausgeschalten. Sehr schön. Da oben ist noch eine. Moment mal. Hier drüben hat es einen von uns erwischt. Oh nein. Genau. Wo sind sie? Oh nein. Kommt die Typen hier nicht runter. Das hab ich mir nicht eingebildet. Wunderbar. Shit. Alle, jetzt häng ich hier so rum. Scheiße. Oh, shit. Steckst du in der Schafuhr. Alter. 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 Kommt, wo seid ihr denn? Nein, nein, nein! Alter, was geht denn ab, ey? Kommt uns! Zu nah! Shit! Na super! Ich hab' sie gefunden! Kommt aus da! Auf die Seite! Sehr gut! Vier Schuss, kleiner Bruder! So! Vier Schuss haben wir noch! So, wo sind noch welche? Das soll's sich auch erledigt haben! Das waren wohl alle! Wow! Schnapp dir so viel Munition wie möglich! Das war bestimmt nicht der letzte! Suchen die uns oder den Schatz? Die Grave-Kenne? Beides! Okay! Immer her mit der Munition! So, sehr schön! Okay! Jetzt die Frage wieder, wohin? Ja, das sieht doch mal gut aus hier! Oder auch nicht! Hinweis! Da rüber müssen wir, okay? Mist, doch, mir schon einer! Der reiche Kerl hatte recht! Kasse, wird Zeit für eine ordentliche Bezahlung! Tja, dann wollen wir mal! Hey! Wir haben hier! Hinter der Kiste! Seid nicht! Schaffhüste! Angelegenheit! Ja! Die sind schon mal ausgescholten! Der hat Rettung! Oh shit, der Typ! Shit, shit, shit! Ey, die Typen sind echt zum Kotzen, ne? Die gepanzerten... Affen! Nichts, doch mehr Schauleiner! Der reiche Kerl hatte recht! Klasse, wird Zeit für eine ordentliche Bezahlung! Das ist doch Mist, ey! Was bin ich denn da hinten so? Nee, da komm ich nicht drüber! Hier! Wir sind hier drinnen! Da kommen sie! Ein Typ mit Körperpanzerung! Wo denn? Trottflinte! Trottflinte! Ja! Weiter! Alter! Die Typen sind ihm echt übel drauf! So, sonst nur einer ohne! Ich brauche mal die Schrotflinte hier! Wie viel haben wir denn da? Sieben Schuss! Ja, für die Typen da, die da immer kommen, sind die... Sind die, glaube ich, am besten geeignet! So! Ah ja! Au! Springt doch! Also, was ein Knetkopf! Da war ich doch schon! Klasse! Hervorragend gemacht, Kalle! Hervorragend! Wieder total falsch gerupst! Also, selben Weg wieder! Da lang! Nö, da ging es doch woanders lang noch! Genau, hier hoch! Ich springe hier durch die Gegend! Genau, hier waren wir! Und da rein! Okay, hier geht es nicht weiter, also müssen wir da rein! Dann da hoch! So, und jetzt... Darüber vielleicht! Sehr schön! Okay! Und hier lang? Nee, hier geht es nicht weiter! Darüber! Klar, der läuft unten durch! Wir gehen wieder den komplizierten Weg! So, hier rüber! Sieht gut aus! Alter! Hier geht es aber tief runter! Eik... Eik tief! So! Ja, vielleicht raus! Und jetzt? Ich weiß es nicht! Fallen lassen! Oh, nein! Ich dachte, da geht es runter! Warum geht es denn da nicht runter? Ähm... Ja... Können wir uns da an der Stange festhalten? Ah! Na los, Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier! Oh, okay! Also... Nein! Ist ja gut, ist ja gut! Komm schon! Okay! Ich habe es doch gewusst! Wo sind die denn? Da vorne! Ja! Hey! Hier stürzt alles eins! Mach vor dich, Mann! Du könntest das komplette Gebäude zerstören! Hey! Hast du sowas schon mal gemacht? Nee! Ein paar Regierungen gestürzt! Der hat vergeteilt! Aber das... Das ist anders! Das! Den haben wir abgeknallt! So, sollte hier so ein Kaspar kommen, bin ich diesmal gerüstet! Aber wahrscheinlich kommt da jetzt wieder keiner von denen, ne? Und hätte eigentlich das Scharfschützengewehr gebraucht! Wahrscheinlich geht es so aus! Waren das nur die zwei? Es scheint wohl so.